Ich würde sagen, ja, es geht voran und ich würde sogar so weit gehen, dass wir jetzt auf dem Standort Europa auch an der Stelle führend sind. Am Ende des Tages, und ich spreche jetzt hier für die Investitionsgüterindustrie an der Stelle, sind es nun mal auch die europäischen Firmen, die sich an der Stelle zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, digitaler Zwilling ist ein strategisch wichtiger Punkt, an dem wir entwickeln werden. Und er ist so strategisch wichtig, dass wir hier schon standardisieren müssen. Und wir sind schon so weit mit der Standardisierung, dass wir im Grunde die ersten Demonstratoren haben. Und das sehen wir gerade auf den Messen innerhalb von Europa. Und im Grunde sind wir heute schon dabei, dass wir sagen, okay, wir überführen diese ganzen Konzepte in die Normen. Wir versuchen, diese ganzen Konzepte auch international zu verbreiten und im Grunde auch wieder so nach dem Slogan Made in Europe auch nach außen hin zu exportieren an dieser Stelle. Und gerade weil wir uns zum Thema Digitalisierung, Standardisierung unterhalten, das ist eigentlich schon ein Indiz dafür, dass wir an der Stelle sehr gut aufgestellt sind. Aber es ist eigentlich schon ein Kind. Und wir bin er?... Oder ist stimmt? Oder ist es? Oder ist es? Vielen Dank.